Freunde, ich hab da was für euch. Weiter geht's mit dem Honor View 20. Gestern gab es mein Unboxing, alle wichtigen Informationen und den ersten Eindruck. Heute kommt die Ersteinrichtung. Welche Schritte sind notwendig? Wie viel Speicher ist wirklich vorhanden? Welche Apps sind vorinstalliert? Ein erster kurzer Überblick auf die Magic UI 2.0.1 und alles, was ihr wissen möchtet. Außerdem möchten wir noch etwas ausprobieren. Offiziell ist der Speicher nämlich nicht erweiterbar. Ich hab hier allerdings eine Huawei NM-Karte und die passt ja in den Slot, also in den Nano-SIM-Slot. Ich dachte einfach mal, warum probieren wir das nicht? Im besten Falle klappt das Ganze ja. Und damit legen wir auch direkt los. Die SIM-Karte wird eingelegt auf der linken Seite. Hier im oberen Bereich haben wir diesen kleinen Slot, den mit der Umrandung. Ganz wichtig, steckt bitte alles, was ihr habt, nur in dieses kleine Loch. Alle anderen Löcher sind Mikrofone und wenn ihr dort etwas Festes reinsteckt, dann könnte es passieren, dass diese kaputt gehen. Also unbedingt links oben den Slot, sonst nirgendwo reinstechen. Und der Slot, der sieht dann so aus. Ihr seht, eine Micro-SD-Karte geht da nicht rein, aber zwei Nano-SIM-Karten. Und die Huawei NM-Karte, dazu habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht mit Vor- und Nachteilen. Schaut euch das gerne an. Die passt hier problemlos rein. Also wird die mal eingelegt. Da steht nichts über, sie geht wirklich nahtlos rein. Also rein damit ins Smartphone. Und mit etwas Glück wird sie erkannt und wir können den Speicher doch erweitern. Ist das geschehen, hier kommt natürlich auch die Nano-SIM-Karte rein, machen wir das Telefon an. Auf der rechten Seite haben wir hier unten den Ein-Aus-Power-Button. Den halten wir für 1, 2, 3 Sekunden. Dann sollte der Boot-Screen kommen und da ist er auch schon. Wir werden vom neuen Honor-Logo begrüßt. Neue Schriftart, neuer Farbverlauf. Wir haben hier auch einen komplett neuen Slogan. For the brave war mal. Was ist hier jetzt noch interessant? Wir haben Magic UI 2.0.1. Also eine Oberfläche, die natürlich sehr an Emotion UI von Huawei angepasst ist. Aber eben doch ein bisschen anders. Das sieht man vor allem bei den Farben. Der Willkommen-Screen. Als erstes stellen wir natürlich Deutsch als Sprache ein. Es ist aber, ihr kennt das, alles Mögliche vorhanden. Wir können einen Notruf tätigen. Unter Anzeigeeinstellung können wir alles noch ein bisschen größer oder kleiner machen. Je nachdem, ob wir es gerne anders hätten. Vor allem natürlich größer, damit man besser lesen kann, was da steht. Und dann klicken wir auch schon auf jetzt starten. Die Nutzungsbedingungen, also der Endbenutzer-Lizenzvertrag und die Erklärung zu grundlegenden Services, die müssen wir akzeptieren. Anders geht es hier nicht weiter. Ihr könnt auf Details klicken und euch das natürlich dann komplett durchlesen. Zurück kommt ihr über den Pfeil. Genauso sieht es dann auch bei der Erklärung zu den grundlegenden Services aus. Wir akzeptieren das und klicken auf weiter. Jetzt hätten wir die SIM-Karte einlegen können. Hier wird auch nochmal gezeigt, dass es oben links ist. Und bitte wirklich nur da haben wir in diesem Fall erledigt bzw. übersprungen. machen wir auch hier. Jetzt könnten wir noch Daten importieren. Sowas wie Apps, Fotos, Videos, Musik, Einstellungen und all sowas von einem anderen Android-Gerät, iPhone oder iPad aus dem Huawei Cloud Backup oder dem Google Cloud Backup. Möchten wir nicht, wir möchten es als komplett neues Telefon einrichten. Und damit kommen wir zum nächsten Schritt. Wir können es mit einem Netzwerk verbinden. Und das werden wir jetzt auch tun, denn im Hintergrund, während wir das einrichten, werden dann gleich schon sowas wie E-Mails abgerufen, die Konten eingerichtet. Ist also eine gute Sache. Standort verwenden. Möchten wir das oder möchten wir das nicht? In diesem Falle nein. Aber ihr braucht das natürlich für sowas wie Google Maps zum Beispiel. Könnt ihr im Nachhinein immer wieder einstellen. Genauso wie alles, was ihr jetzt gerade aktiviert oder deaktiviert, auch im Nachhinein noch machen könnt. WLAN-Suche zulassen. Ja oder nein. Und dann wäre da noch die Gerätewartung. Möchten wir Nutzungs- und Diagnosedaten senden? Einfach, wenn es irgendwelche Fehler gibt, irgendwelche Bugs. Dann könnt ihr diese senden und Google kümmert sich darum, das zu verbessern. Ich bin ehrlich gesagt der Typ, ich möchte das nicht. Ich deaktiviere das immer. Und dann Updates und Apps installieren. Da geht es um automatische Updates. Ihr seht, da könnt ihr euch ein bisschen was anschauen, muss aber akzeptiert werden. Ihr seht aber auch, du kannst Apps deinstallieren, indem du zu Einstellungen Apps gehst und den Anwendungsmanager aufrufst. Auch hier könnt ihr also im Nachhinein natürlich noch was ändern. Wir akzeptieren das. Und jetzt kommen wir zum Geräteschutz. Wir haben auf der Rückseite einen Fingerabdruck-Reader. Wir haben natürlich Face Unlock über die Kamera und dann gibt es noch das übliche Passwort. Wollen wir uns natürlich anschauen. Wir richten zuerst den Fingerabdruck ein. Wir können damit auch Anrufe entgegennehmen, Fotos oder Videos aufnehmen, also auslösen, Wecker ausschalten, drüber wischen und das Benachrichtigungsfeld anzeigen. Oder von links nach rechts wischen, um durch die Galerie zu swipen. Wir klicken auf Weiter. Und natürlich können wir auch das Gerät entsperren, auf den Tresor zu greifen und auf die App-Sperre. Damit können wir also Apps sperren. Man kommt nur darauf oder man kann nur zugreifen, wenn man den Fingerabdruck nutzt. Wir aktivieren das. Und jetzt brauchen wir noch eine alternative Pin. Für den Fall, dass der Finger mal abfällt oder mal schmutzig ist oder was, wasser nass ist. Wir brauchen einfach Alternative, falls der Fingerabdruck nicht erkannt wird. In diesem Falle machen wir es mal ganz leicht. Das solltet ihr bitte, bitte nicht tun. Das Ganze wird nochmal wiederholt, also bestätigt. Ja, wir wissen wirklich, welcher Pin es ist. Und jetzt kümmern wir uns um den Fingerabdruck. Der sitzt auf der Rückseite, schön zwischen diesen, naja, Pfeilen, Faust, wie auch immer wir das nennen möchten. Und da legen wir den Finger nun drauf. Und es ist wichtig, dass wir den immer ein bisschen bewegen, dass wir alle Seiten bekommen. Und dann haben wir es auch gleich schon geschafft. Jetzt geht es nochmal um den Fingerrand, oben, rechts, links und unten. Und dann ist der Fingerabdruck auch schon drin. Weiter könnten wir machen mit Face Unlock. Auch das tun wir nun. Wir brauchen wieder eine Pin. Wir nehmen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das nehmt ihr bitte wieder nicht. Und jetzt kommen wir zu Face Scan. Und hier unten ist gleich ein Häkchen. Und wenn ihr das Telefon, also wenn ihr das aktiviert und das Telefon aufrichtet, wird das Telefon sofort aufgeweckt und das Face wird gescannt. Und es funktioniert noch ein bisschen schneller. Gleichzeitig könnt ihr es aber auch wecken, um Benachrichtigungen anzuschauen. Eine Funktion, die ich sehr gerne mag. Deswegen bleibt das an. Und jetzt registrieren wir mal das Gesicht. Hier gibt es noch einen Haftungsausschluss, bevor wir das nutzen. Ist weniger sicher als zum Beispiel Muster, Pin oder Passwort. Erfolgsrate hängt von der Umgebung ab und all sowas. Konntet ihr euch mal kurz anschauen. Ihr könnt natürlich Pause machen, wenn ihr da mehr wissen möchtet. Und jetzt kommt das Gesicht. Ja, bitte registriere mich nicht mit der Hand. Na gut. Also, nein, danke. Verbesserte Services. Möchten wir das aktivieren, ja oder nein? Wir klicken mal auf Nein, denn wir sind einfach nicht so nett und möchten alles rüberschicken. Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Wollen wir daran teilnehmen? Auch daran bin ich eher nicht interessiert. Können wir später einrichten, also nicht aktivieren. Software auf dem neuesten Stand halten. Wir könnten die Übernachtaktualisierung aktivieren. Was das bedeutet, ist letzten Endes sowas wie, ihr schlaft. Wenn es ein Update gibt, wird es heruntergeladen und installiert. Sie können noch weitere Einstellungen vornehmen. Ich nehme an, dass jetzt noch ein paar Apps vorgeschlagen werden, die wir installieren können. Da warten wir aber einfach mal, bis dieser süße kleine Kreis hier unten fertig gedreht hat. Wir können so lange vielleicht über meinen ersten Eindruck sprechen. Na gut, dann gibt es keinen ersten Eindruck. Schaut euch mein Unboxing an. Ist ein spannendes Gerät. Ist ein bisschen was mit dabei. Das Telefon ist jetzt komplett eingerichtet. Wären die SIM-Karten eingelegt, hättet ihr jetzt noch die PIN eingeben müssen. Und dann könntet ihr jetzt telefonieren ins Internet. Auch über mobile Daten. Natürlich auch über WLAN, wenn ihr euch verbunden habt. Im Hintergrund werden bereits E-Mails abgerufen. Jetzt könnte es komplett losgehen. Was für uns natürlich interessant ist, ist in den Einstellungen mal nachzuschauen, wie viel Speicher denn vorhanden ist. 256 GB ist die Version. 15 sind belegt für ein paar Beispielbilder. Natürlich auch für Apps. Ein bisschen was ist ja immer vorinstalliert. Also haben wir insgesamt rund 240 GB frei. Das ist gut. So gehört sich das. Was ist ansonsten an Apps vorinstalliert? Telefonmanager ist von Huawei bzw. Honor. Genauso wie die Sainz. Die eigene Musik-App und die eigene Video-App sowie die Galerie. Dann haben wir natürlich alle möglichen Google-Dienste plus Docs, Tabellen, Präsentationen. Wir haben den Play Store. Eine Telefon-App, Nachrichten, Chrome und die Kamera. Und auf der nächsten Seite, Booking.com, Facebook, unter Top-Apps finden wir dann noch, Amazon Shopping. Unter Werkzeuge dürfte dann gar nicht mehr so viel kommen. Also was ist hier vorinstalliert, abgesehen von den Huawei-eigenen Apps? Booking.com, Facebook, Google Assistant möchten wir jetzt nicht nutzen. und Amazon Shopping. Könnt ihr natürlich festhalten und dadurch wieder deinstallieren. Absolut gar kein Problem. Huawei App-Galerie ist mit dabei. Okay, interessant. Damit wären wir hier also durch mit der Einrichtung. Gucken wir noch, ob die SD-Karte erkannt wird. Hat sich eigentlich bereits erledigt, denn unter Speicher wurde er nicht angezeigt. Also, ihr könnt keinen kleinen Trick machen, euch eine Huawei-NM-Card kaufen und diese einlegen, um den Speicher zu erweitern. Aber ich denke mal, mit 128 und 256 GB ist man da eh schon gut bedient. Gut, das war es mit den ersten Schritten der Ersteinrichtung. Wir können natürlich noch kurz den Fingerabdruck testen. Zack, drauf. Ja, das funktioniert wie immer grandios schnell. Und jetzt gucken wir noch die Geste zum Aktivieren. Funktioniert ebenfalls problemlos und es wurde sogar super schnell entsperrt. Bedeutet, obwohl mein Arm mit drin war, absolut gut. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe nichts anderes erwartet. Fingerabdrücke und Face Unlock, das kann Huawei einfach. Ich gucke noch ganz kurz in die Kamera, einfach weil ich gerne wissen möchte, wie das mit dem Loch da oben ist. Ablehnen. Okay, also hier oben wird das ganz einfach ausgeblendet. Da draußen machen sich gerade ein paar Tauben breit. Schauen wir mal, ob wir eine drauf kriegen. Nein, okay. Hier haben wir also auch ein zweifach Zoom, das Loch, das wird ausgeblendet. Wir können mal noch zur Frontkamera wechseln. Okay. So, auch hier sieht man sie nicht. Aber was ich ganz interessant finde, wenn man ein Video macht, soll man daneben die Uhrzeit sehen. War das nicht so? Stellen wir das Ganze mal kurz auf 19,2 zu 9. Das ganze Display wird also genutzt. Jetzt sieht man also auch das Loch. Und wenn ich auf Start klicke, okay, dann wird hier unten die Uhrzeit angezeigt. Dann wird das wohl bei der Telefonie sein. Nun, denn wir haben das Telefon eingerichtet. Ihr könntet jetzt loslegen, im Internet surfen, Apps runterladen, zocken, telefonieren, all das. Und damit wäre mein Job hier getan. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Dann. Ä aspects. Ja.